In diesem Video bespreche ich die Eigenschaften des gleichseitigen Dreiecks. Wenn wir uns die Skizze anschauen und auch den Namen berücksichtigen, sehen wir, dass alle drei Seiten gleich lang sind beim gleichseitigen Dreieck. Und gleiche Seiten heißt auch gleich große Winkel. Das heißt auch alle drei Winkel sind mit jeweils 60 Grad gleich groß. Die Höhe ha teilt das gleichseitige Dreieck in zwei rechtwinklige, kongruente Dreiecke. Schauen wir uns nun die Eigenschaften im Einzelnen an. Bei einem gleichseitigen Dreieck sind alle drei Seiten gleich lang. Die drei Innenwinkel, Alpha, Beta und Gamma, betragen jeweils 60 Grad. Das gleichseitige Dreieck verfügt über drei Symmetrieachsen. Die vier merkwürdigen Punkte, Höhenschnittpunkt, Inkreismittelpunkt, Umkreismittelpunkt und Schwerpunkt fallen alle im Mittelpunkt zusammen. Also liegen alle auf einem Punkt. Jede Symmetrieachse teilt das gleichseitige Dreieck in jeweils zwei konkurrente rechtwinklige Dreiecke. Der Mittelpunkt des gleichseitigen Dreiecks teilt die inbildenden Strecken im Verhältnis 2 zu 1. Deshalb kann man auch sagen, der Inkreis des gleichseitigen Dreiecks beträgt ein Drittel der Höhe HA und der Umkreis beträgt zwei Drittel der Höhe HA. Der Umfang wiederum wird berechnet, indem wir hier alle drei Seiten addieren. Und da alle drei Seiten gleich lang sind, kann man sie zusammenfassen zu der Formel 3 mal A. Der Flächeninhalt wiederum wird berechnet, indem wir das Produkt von Basis und Höhe halbieren. Die Basis ist hier A und die Höhe HA. Das waren die wichtigsten Eigenschaften zum gleichseitigen Dreieck. Weitere Übungen zu diesem Thema findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Playlist Mathematik gleichseitiges Dreieck. Viel Spaß beim Einüben dieser Eigenschaften und bis bald bei einer anderen Aufgabenstellung. Aufgabenstellung